Also heute campen wir auf der Gip River Road, haben ein riesengroßes Lagerfeuer. Der Olli putzt sich gerade schön die Zähne, steht da Mario, da vorne ist der Alex, da bin ich, ich hoffe man sieht mich. Unser Feuer ist heute bombastisch. Das Schöne ist, heute Nacht ist es gar nicht so kalt, gell? Ja, wahrscheinlich. Schöne 34 Grad, 20 Meter ums Feuer rum. Und da oben ist der schöne Sternenhimmel, aber sieht man auch nicht, sieht nur die Flammen. Ah, der ganze Himmel ist voller Sterne, aber sieht man leider nicht auf der Kamera. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.